So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 7. Wir versuchen die Frau mal wieder noch einmal. Okay. Ich werde jetzt mit meiner Mission ein bisschen sparsam umgehen. Ich glaube, das Einzige, wo was drin war, war die Kiste, ne? Ja. Oh, es ist halt nicht, ich kriege ein bisschen mehr Emulsion dazu. Das finde ich cool. Okay. Hier waren noch so komische Pillen, ne? Die ich auch mitnehmen, ob man es jetzt gerade nicht gebrauchen kann. So. So. So, Flintenmonition und steckert flüssige Chemikalie. Die Tür lasse ich jetzt mal. Brauche ich nicht unbedingt. Okay, gut. Gleich muss sie runterfallen, ne? Das ist gut. Diesmal entkommst du nicht. Toll, jetzt bin ich auch noch eine Runde überfallen. Und jetzt? Ich seh sie nicht. Hallo? Okay. Äh, ja. Toll. Okay. Okay. Was ist denn das? Nein, 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 warte mal! Was zum... Nein, ich bin so ein Trottel... Ach, komm schon! Ach, nein! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Oh Mann, wo bin ich denn... Hier überall gelandet, hier! Ja! So... Welche Gabe denn? Ich werde dich aufbrein! Ich werde dich aufbrein! Ich werde dich aufbrein! Ich werde dich aufbrein! ... Gah! Jetzt gibt es keinen Ausweg hier, Junge! Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht! Jetzt gibt es keine Tommenstadt, Junge! Ja, du Verrückte! Wo bist du? Na nee, ist klar! Ich glaube, ich habe es geschafft! Bleib doch einfach tot! Pfff! Alter! Laterna! Sorry, dass ich gerade so leise bin! Ich habe, glaube ich, sämtliche Sachen verbraucht! Ich habe eine Flüssigkeit noch zum Heilen! Leckomio! Ich habe sozusagen nichts mehr! Ich habe auch vorhin eins verschwendet umsonst, ja! Es war dämlich, aber was soll ich denn machen? Jetzt schaue ich mich hier nochmal um, wenn ich noch irgendwo was finden kann! Brennstoff! 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 Irgendwo ist noch eine Toilette mit Rauchern bestimmt! Muss noch irgendwo eine Toilette sein! Ich weiß, ich schaue mich jetzt wieder viel zu genau um! Hier ist noch was! Oh! So, auf Kraut habe ich genug! Das weiß ich! So! Drei Heilungssachen habe ich jetzt schon mal! Hier geht es wieder nach oben! Aber ich will jetzt noch nicht nach oben! Ich muss erstmal umschauen! Messer! Brennstoff! Oh yeah! Entriegelt! Okay! Wo komme ich denn jetzt raus? Ab beim Haupteingang! Alles klar! Okay, ich möchte mich trotzdem noch hier umschauen! Weil ich möchte nichts verpassen! Ich möchte alles mitnehmen! Alles! Sonst gehe ich mal nach oben! Vielleicht ist oben noch was für mich? Ich habe auch hier nicht die Möglichkeit, uns umzusehen! Aber so sehr, wie die zerfallen ist, die Frau, ja, glaube ich, dass die jetzt tot ist! Das wäre echt cool! Warte! So! So, die Leiter kann man jetzt auch noch unten! Hier ist noch eine Kiste, die ich noch nicht geöffnet habe! Da ist Brennstoff drin! Warte mal ein, hier war... ist hier nur eine Toilette? Hier ist hier nur eine Schublade! Pistolenmulsion! Oh, Pistolenmulsion! Ja! Ich habe einfach immer nur das Messer mit mir rumschleppen, ja! Wahnsinn! Hm? Ist denn hier noch was? Couch, okay! Couch, okay! Couch, okay! Hier müsste ich alles genommen haben, ne? Ja! Ich möchte mich trotzdem gerne mal... Jetzt aber nochmal ein bisschen um! Ich weiß, das ist jetzt für euch total langweilig, aber es ist mir egal! So! Hier ist zwar eine Toilette, aber wir sehen nicht nirgendswo... Äh, was zum Rauchen! Was zum Rauchen, genau! Mein Deutsch mal wieder! Hier ist noch ne Toilette! Hier ist auch nix zum Rauchen! Achso, jetzt bin ich hier! Okay! Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles! Hier brauche ich wahrscheinlich einen Dietrich, oder? Nein! Okay! Entriegelt! Ah, jetzt geht's hier raus! Okay! Okay! Kann man ja das Foto nochmal ansehen? Ne, es war halt wirklich ne Toilette mit Zigaretten! Bäh! Hier ist nix, ne? Nö! Ich glaube, ich habe aber keine Toilette mehr gesehen, ne? Vielleicht kommt die auch erst später, die Toilette! Ich stelle mich nochmal hier um! Ne, hier sind nur Stühle! Ich habe so hier ganz viele Toiletten gesehen, aber nirgendswo ist so ein Zigarren-Dings da! Es kommt vielleicht erst später! Höchstwahrscheinlich! Höchstwahrscheinlich! Die Toilette ist es ganz offensichtlich nicht! Okay! So, wo komme ich jetzt raus? Jetzt ziehe ich den Ausgang nicht! Och, Mann! So... Der Ausgang ist... Hier! So, hier war ich halt drin, ne? Ich gehe nochmal hier nach oben! mich noch mal kurz umzusehen, ob ich hier noch was vergessen hab. No. Hier ist nur das eine mit dem Dietrich. Okay. Gut. Nein, noch offen. Och, Mann. So ein Glück, dass die Türen zu allen Seiten aufgehen. Gut. Das heißt, das haben wir schon mal. Jetzt könnte ich eigentlich das holen, was ich brauche. Soll ich das noch machen? Ja, komm, wir haben noch Zeit. Okay. Runter, 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 runter. Okay. Lauf, 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 lauf. Und ich will lauf an. Jetzt hier nach oben. Dann durch diese Tür. Die Lampe hab ich ja jetzt. Oh, okay. Die Lampe. Wtf. Wer spielt da? Das haben wir gelesen, ja? Ja. Okay. Das sieht aus wie ein Kinderspielzeug. Das sieht aus wie ein Kinderspielzeug. Kannst du nichts rausnehmen? Oh, Sterne hängen da runter. Okay. Das ist auch irgendwie ein Kinderzimmer. Vielleicht war das ihrs mal. Okay. Hm. Oh Gott. Es ist keiner hier, der dir was tun will. Ich brauche nur den Arm. Was ist das? Okay, alles gut. Lecker, alles gut. Schuhe. Aha, Schuhe. Ah. Was ist das denn? Das sieht auch komisch aus. So, komm her. Hier ist nichts. Das sieht aus wie Münzen, aber da sind es keine. Hm. Wo zum Henker ist der Arm? Oh. Ist hier was? No. Okay. Hm. Ach du Scheid. Das sieht ja wieder voll einladend aus. Alter. Containerraum. Okay. Okay. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Okay. Das war jetzt nur das hier, aber ich möchte mich nochmal genauer umsehen, ob hier noch was ist. Was? Nein. Anscheinend sichtlich nicht. Okay. Gut. Dann... Bleibt es ja bloß noch diese Tür hier, ne? Ist der mal... größer. Größer. Ist doch vielleicht meine Taschenlampe so. Nein. Warte. Äh. Nein. Garantiert nicht. Nein. Garantiert nicht. Ja. Äh. Äh. Ich kapiere es gerade gar nicht. Hier ist nichts, oder wie? Ah, toll. Hm. Oh Mann, ich müsste jetzt echt mal langsam mal speichern. Weil hier geht es halt einfach nur da rein, aber da ist nichts. Hm. Das kann ja wohl nicht sein. Irgendwo muss es ja sein. Warte, wir schauen uns das nochmal an. Ach so, ich muss da was... Warte mal. Ach du Scheiben. Ich bin ein kleister. D-Serie arm. Bääää. Mein Gott, ich schätze, dass es ist. Bääää. Okay, ist ja ekelhaft. Oh oh, ich hab da was laufen gesehen. Ich bin bewaffnet. Oh, man. Oh man. Nein, ich leute mich nicht heilen. Oh Mann, ey. Sie wird so viel verbraucht, ey. Das ist doch unglaublich. Oh, ich hasse diese Viecher. Wenn es nochmal einen kommt, lasse ich mich töten. Und ich überziehe schon in der Total, aber schon gewaltig, ja. Okay, töte mich. Töte mich. Töte mich. Gut, ich lasse mich jetzt von dem Typen hier töten und ich würde sagen... Beeil dich mit dem Töten, bitte. Weil der Pater ist schon längst wieder voll. Es war ja grauenvoll hier. Dankeschön. Gut, Leute, wir machen hier weiter im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.